Hallo und herzlich willkommen meine Damen und Herren, zurück zu Let's Play Minecraft und irgendwas ist anders. Was ist es? Was ist anders? Na, jetzt sieht man es vielleicht sogar, der Typ hier, mein Männchen ist jetzt diesmal nicht Xardas, sondern dieser normale Typ. Warum? Wir gehen erstmal schlafen. Warum? Ganz einfach, ich habe momentan kein Internet, denn ich bin jetzt letztendlich dann endlich auch mal umgezogen und bin jetzt in Trier und nicht mehr im wunderschönen Saarland und nehme jetzt hier eine Runde auf und deswegen spiele ich jetzt sozusagen im Offline-Modus. Ich wusste ja nicht, dass Minecraft sowas hat. Auf jeden Fall habe ich jetzt ja momentan noch kein Internet, das kommt erst am 23.10. Leute, wir haben den 8.10. Und deswegen, jo, habe ich kein Internet und muss deswegen in diesem Offline-Modus hier spielen. So, und eigentlich wollte ich weiterbauen an dem Baumhaus, das nehmen wir erstmal mal gucken, ob wir Holz haben. Ah, perfekt. Da ist ja tatsächlich noch Holz in der Truhe. Da nehmen wir das mal mit und machen uns auf zum Baum. Ah ja, stimmt. Hier, da hatte ich ja beim letzten Mal in Ordnung gepackert. So, welcher Baum war nochmal der da hinten, ne? Genau so, dann laufen wir da mal hin. Und dann gucke ich auch gerade mal, wie weit das jetzt hier runtergewachsen ist. Ich glaube, das wächst wirklich nicht mehr weiter hier. Alter, wie laut ist die Kuh denn da draußen? Naja, wie die Maus sei. So, dann... Hm. Achso, stimmt. Hier können wir hochgehen. Das ist ja dann kein Problem. Dann gehen wir hier mal hoch und bauen da oben diesen Weg weiter. Diesen Rundweg. Bin mal gespannt, wie das nachher aussieht, wenn es fertig ist. Wahrscheinlich total behindert. Naja, mal gespannt, so. Also, wie war das nochmal? Erstmal der Zeug ins Inventarladen, so. Äh, hier immer drei aneinander, ne? So, also quasi so. So, und jetzt noch weiter, ne? Noch eine Reihe. Zack. Und zack. Und noch eine. Wenn ich mich nicht irre. So, na, mach doch. Wieso? Achso. Das Deck ist leer. So, jetzt aber. So, jetzt haben wir hier. Eins, zwei. Das ist aber nicht mehr so breit wie hier, oder? Moment. Eins, zwei. Alter, wieso leckt das gerade so? So, jetzt habe ich wieder meine normalen Frames. Ähm, eins, zwei und dann die Dreier. Doch, ist richtig. Einwandfrei. Gut, das heißt, wir müssen jetzt hier eins hinmachen, oder? Doch, ich muss noch mal gucken. Äh, eins. Ne, hier sind zwei daneben. Da ist nur eins daneben. Hier sind zwei daneben. Scheiße, da habe ich was falsch gemacht. Nein, das ist falsch. Es müsste noch eins weitergehen hier. Fuck. Äh, na gut. Dann muss ich den hier wieder abbauen. Und hier dran setzen. So, und jetzt. Zwei und dann geht's los, ne? Also, zwei und dann geht's los. Ja, der da ist dann immer falsch. Ah, shit, den habe ich nicht gekriegt. Nein, nein, nein. Scheiße. Ja, jetzt heißt ich Player. Player vieler Spielkraft zum Opfer. Naja. Player. Auch ein geiler Name. So, sollte ich mich wirklich mal... Nein, jetzt habe ich meine 40... Oh. Ah, ne, die Erfahrung. Ah, aber nicht alle. Ich bin schon auf Stufe 5. Ich war eigentlich auf Stufe 40. Ah, fuck. Nur, weil ich hier runtergefallen bin, ey. Zum Kotzen. So, habe ich jetzt alles wieder eingesammelt. Ich hoffe doch mal... Oh, fuck. Ich muss mich erst mal wieder ordnen. Also, erst mal wieder die ganze Kleidung anziehen. Kiesel ist aber da. So, hier die Schwerter. Oh, scheiße. Das kommt irgendwo da hinten hin. Hier die Spitzhacken. Äh, die Axt... Wie, hatte ich nur eine Axt? Mir muss noch irgendwo eine Axt rumliegen. Glaube ich. Hoffe ich mal. So, das Hähnchen. Und das kommt wieder da hin. Seht ihr noch eine Axt? Ich nicht. Scheiße. Da liegt noch... ...ein Setzling. Ah, ne, der steht da. Den hatte ich da hingesetzt. Okay. Na ja, dann gehen wir wieder hoch. Oh, fuck. Das war dumm. Das war ziemlich dumm. Na super. Jetzt haben sie von 40 auf 5 runtergesetzt. Leck, ey. So, hier können wir schon hochgehen. So, und hier muss jetzt immer einer weg. Ich muss nur aufpassen, dass ich nie draufstehe auf dem einen. So, und dann... Wie ist das jetzt? Jetzt muss da immer einer dran, ne? Hier, so. Zack, zack, zack. Ah, doch nicht so. Oh, jetzt haben wir noch einen verschwendet hier. So, da muss ich immer näher ran. So, jetzt ist aber richtig, oder? Oder muss hier noch einer hin? Da muss noch einer hin. So, jetzt haben wir's. Genau, jetzt haben wir's. Jetzt ist es auch richtig. So, jetzt geht's hier weiter. Und jetzt fangen die Dreier an. So. Zack. Genau, da ist richtig. Perfekt. Alter, ich seh gar keine Kuh. Wo ist die denn, ey? Das gibt's da gar nicht. So. Alter, ich soll mal ihr Maul halten. Alter, die riech' ich mir auch jetzt. Äh, da sind wir schon. Oh, ging ja schnell, du. So. Da eins hin und hier eins hin. Und da sind wir direkt richtig perfekt. Diesmal mal keinen Fehler gemacht. So. Und hier nochmal dasselbe. Alter, diese Scheiß, cool. Also ich geh mal davon aus, dass man die im Video hört, weil ich hör sie schon sehr laut. Aber egal, hab ich eben einen Gast in diesem Video. Auch gut. Ich bin wahrscheinlich die erste Let's Player, der ein Tier als Gast hat in Let's Play. Also das auch wirklich mitkommentiert. So. Zack, jetzt sind wir falsch. Ah, ne. Doch, richtig. So, perfekt. So, damit hätten wir das. Jetzt guck ich erstmal, wie das aussieht von unten. Also gehen wir erstmal runter. Wo ist denn hier die Liane? Da. Da ist die lange Liane. Dann gehen wir mal runter und gucken uns das an. Ah, und da können wir auch gerade, stimmt's, noch das ganze Holz einsammeln. Dass wir da abgekloppt haben. Da müsste doch noch mehr liegen irgendwo. Wo auch immer. Vielleicht da auf dem Baum drauf. Die Mutter bestimmt irgendwie drauf. Hier. Ah, schöner Aufgang. So. Aber nein, da ist leider kein... Kein Baum. Moment, ich muss mal gerade den Bildschirm ein bisschen anders hinstellen. Mann, ich werde hier geblendet aus dem Fenster raus. Ey, das ist ja nicht mehr schön. Ich sehe kaum was. Wo ist denn jetzt? Ah, hier ist unser Haus. Was ist denn da noch so ein Stück Gravel? Was hat denn? Oh, hallo. Kätzchen. Wieso ist da Gravel? Was zur Hölle macht das da? Ich habe das mitgenommen. Ne, liegt immer noch da oben. Naja, wird ja irgendwann verschwinden. So, achso, wieso gehe ich eigentlich rein? Ich wollte ja eigentlich nur... Von hier sieht man nichts. Da sind andere Bäume im Weg. Das sieht schon mal nice aus, finde ich. Aber wir müssen noch irgendwo anders hin, Alter. Immer Bäume im Weg. Da ist eine Katze in unserem... Was macht die in unserem Garten? Nice, der sieht doch cool aus, der Baum. Oder? Also ich finde es schon mal nice. Nice, der wird ja auch noch anders, der wird noch anders, meine Damen und Herren. Der wird sich noch verändern. Und ich hoffe mal, dass das auch später ziemlich cool aussehen wird. Aber dann sehen wir dann. So, jetzt gehe ich erstmal diese Katze aus dem Garten vertreiben. Weg, du Mistvieh. Aha, hier ist schon mal was gewachsen. Ein bisschen was. Hau ab, husch, husch. Verschwinde. Ah, die kann gar nicht raus. Haha, stimmt. Die ist ja gefangen. Oder lasse ich die hier drin? Das ist einfach so eine Katze zu fangen. So, jetzt... Super, natürlich keine Seeds bekommen. Das war ja klar. So, dafür jetzt aber drei. Nur noch unten ins Inventar machen. Und einwandfrei. Dann benutzen wir die jetzt direkt mal da hin. Die zertrampelt mir hier nichts, wenn die da drüber... Wo ist denn hin? Hat sich versteckt? Ah, sie hat sich versteckt. Guck mal, cleverer Katze. Die will abhauen von mir, aber das wird ihr nicht gelingen. Hier kommt sie nicht mehr raus. Einmal in meinem Garten, immer in meinem Garten. Hehehe, so. Alter, jetzt geht's immer auf den Kekstier. Da nehme ich mal alles mit. Habe ich jetzt alles? Ne, ne, da hinten ist noch. Alter, was ist jetzt los schon wieder? Guck mal zwischendurch mal anzulecken, ey. Was soll denn der Rotz? So. Uh, wir haben mal eine ganze Reihe. Zack. Ja, hier kommt ja auch noch Wasser raus. Hä, wusste ich gar nicht. Nice. Aus dem, mitten aus der, aus der, aus dem Haus raus. Ist das der Abfluss, oder was? Hehehe. So, wenn da immer mal braune Gülle rauskommt, wissen wir wieso. Äh, alles klar. Können wir uns aus dem Weizen, da können wir uns perfekt Brot draus machen. Einmal frei, dann machen wir das auch direkt mal. Nehmen wir das mal mit und verarbeiten es zu sammeln. Äh, wo ist es hier? Zack. Zack. Perfekt, da. Hier ist irgendwas fertig geworden. Au, Clean Stone habe ich gemacht. Stimmt. Stimmt. Und da habe ich schon wieder EP bekommen, weil ich was aus dem Ofen rausgenommen habe. Naja. Wie auch immer. Hoppala, da kommt er hin. So. Und jetzt arbeiten wir weiter an unserem wunderschönen Baum. Jetzt wird es schon wieder Nacht hier, tatsächlich. So, die Frage ist nur, wie baue ich jetzt weiter? Das ist die große Frage. Wie geht es weiter mit diesem Baum? Keine Ahnung. Weiß nicht genau, wie ich weiter bauen soll. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ich da weiter bauen soll bei dem, bei diesem Baum hier. Äh, ich weiß jetzt irgendwie nicht mehr, wie ich es jetzt weitermachen soll. Oder aus welchem Material ich die, 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 die Räume machen soll und so weiter und so fort. Weil ich glaube nur aus normalem Holz sieht er ein bisschen blöd aus. Mist, und jetzt weiß ich natürlich auch nicht mehr, wie man einen Kompass macht. Weil ich es natürlich auch nicht geguckt habe. Ich nehme einfach mal Sachen mit. Ich glaube aus Gold und Redstone. Ist das korrekt? Also irgendwie Redstone in die Mitte und Gold. Oh, awesome. Da kann man, oh, perfekt. Dann können wir uns ja doch, dann können wir uns ja doch ein, eine Karte machen. So, jetzt brauchen wir nur noch. Papier habe ich sogar noch. Wie macht man das nochmal? Ach, mit Zuckerrohr. Haben wir Zuckerrohr? Nicht viel, oder? Reicht das? Oder muss ich... Das reicht nicht, okay. Dann nehmen wir wieder mit. Und... Nehmen wir mal, das da ist gar kein Kompass. Scheiße, das ist eine Uhr. Fuck. Okay, das war dumm. Scheiße. Das ist ja gar kein Kompass. Wieso ist hier nicht... Gedingst? Wir haben gar keine Hake. Wie sollen wir keine Hake? Oh, fuck. Jetzt habe ich mir eine Uhr gemacht. Ah. Verdammte Scheiße. Okay, nochmal mitnehmen da Zeug. So, und jetzt aber mit dem Kompass draus basteln. Also. Ja, gut. Geht der dann vielleicht komplett, oder? Ne, scheiße. Oh, das ist eine Uhr. Ja, scheiße. Ah, fuck. Das heißt, ich kann kein... Keine Map bauen, weil ich kein... Kompass habe und nicht weiß, wie ich den baue. So, die Uhr können wir direkt mal zu Bullshit... ...da rein verfrachten. Die brauche ich in Scheißdreck. Die Uhr, das Holz kann ich auch wieder zurück machen. Ähm... Ja, das gibt es ja gar nicht. Wir haben ja gar kein Holz am Start. Zwei brauchen wir. Achso, ich könnte eigentlich gerade mehr mitnehmen. So. Denn, hoppala, denn... Holz brauchen wir hier ja immer. Um unsere wunderschönen Sticks herzustellen. So, da haben wir wieder einer. Das Zeug kommt hier rein. Ja, und zack. So, und dann gehen wir jetzt mal das Feld wieder aufräumen hier. Oh, geil, da ist ein Kürbis gewachsen. Nice. Da ist tatsächlich ein Kürbis gewachsen. Oh, shit. Awesome. Wieso ist da auch zu... Und wächst der jetzt nochmal weiter? Oder ist das Ding hier verdorben? Ne, ich lasse es jetzt einfach mal stehen. Ich habe davon keine Ahnung. Den Kürbis, den mache ich auf jeden Fall jetzt erstmal hier rein. Nein, damit hätten wir also schon mal einen Kürbis. Und hier werde ich jetzt weiter abbauen. Ah ja, hier wollte ich Dingsen. So, alles klar. Achso, da kommt es auch ein Zehn durch. Da hinten ist noch was. So, nehmen wir auch noch gerade mit. Und dann war es das auch, glaube ich, schon wieder mit diesem Part. Oder ich schaue mal gerade auf meine schlaue Uhr. Jupp, das war es. Ich glaube mal wieder mit Let's Play Minecraft. Die Show, das hat euch gefallen. Über eine Bewertung und einen Kommentar, die ich sehr freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Ach, und schreibt mir in die Kommentare, wie man Kompass baut. Das war's. Tot meat.